... für die Fraktion der Piraten spricht, Kollege Wegner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Ja, wenn man als Letzter zu einem Gesetz redet, dem eigentlich alle zustimmen, ist eigentlich fast schon immer alles gesagt worden. Und ich möchte jetzt auch nicht alles wiederholen. Wir stimmen dem Gesetz natürlich zu, vor allem, weil wir auch die Sache mit der Spitzabrechnung sehr, sehr begrüßen. Wir können es auch eigentlich nicht richtig erklären, warum sich die Kommunen die ganze Zeit immer dagegen gewehrt haben. Jetzt haben Sie zumindest jetzt in der Anhörung nichts mehr dagegen gesagt. Sie sind jetzt auch für die Spitzabrechnung. Also was sollen wir dagegen sein? Inhaltlich, worum es sich um den Gesetz dreht, ist alles schon gesagt worden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wegner. Für die Landesregierung spricht der Herr Minister Kutschaty in Vertretung.